Ich überlege, ob ich Javan spiele. Maxim! Gib mir einen Song und ich spiele ihn dir auf der Flöte. Christina Aguilera Hiro. Das ist von Enric Iglesias. Ja, genau. Klingt wunderschön. Ich weiß übrigens nicht, wie man Javan spielt. Nur zwei Töne. Stark. Oh, guck mal hier. Ich weiß, was der Nuno macht. Nuno wird mir jetzt schön schneebar hier reinjagen. Alter, ich habe gerade den Epic Pull meines Lebens bekommen. Komm. Okay, wird geflasht. Alles gut. So, ich probiere es nochmal. Oh, ja. Nein. Die Sidestips of Doom, Alter. Oh, Vorsicht, der Graves of Doom. Nee, der ist nicht da. Weil ich dachte, ich mache jetzt den Agorin und spiele über das Krass. Ich mache einfach nur rechts. Ich stehe halt nur da. Wir sind alles egal. So, ich bin halt so bad. Hauptsache, eine Kombo sitzt und dann ist es gekippt. For my father. The king. So, du kannst dich ja reinpushen lassen. Ich mache jetzt noch den Blue und dann komme ich hoch. So, ich tue mal so, als ich nicht da bin. Aber in Wirklichkeit bin ich nicht da und dann bin ich doch da. Kannst du Lane-Nate machen? Ich kann mal probieren, oder? Ja. Alter. Mach auf! Ich will meine Haut einsammeln. Nein, nein, nein. Ich will meine Haut einsammeln. Ich habe einfach übelst, was fehlt, so. Aber ist einfach scheißegal, mein Charme hat einfach nur... Ey, die Ult hat ja noch gesessen. Die Ult hat gesessen, ja. Dann bin ich gut. Ich probiere es einfach nochmal. Wenn nicht, dann gehe ich base. Bist du ready? Ja, probiere es einfach. Alter, das ist halt einfach Mobbing, so. Oh, der schlitt noch. Geil. Ja, aber der schlitzt die Angst noch. Ich habe es mit der Standorten-Kombo probiert, nach der Ult. Aber... War nicht so? Naja, sie hat geflasht. Aber sie hat instant Kinami waved. Ne, die hat nämlich gebubbelt. Die hat nämlich gebubbelt. Ich habe mir noch mein E rausgekriegt, aber nicht mein Q. Alter, der Krug ist gerade explodiert und einfach einen Kilometer weggeflogen. Who you are. Where you're from. And what you did. So long as you love me. Holte da... Q da rein, Junge. Der ist ja übel verwirrt. Okay, jetzt. Das tut ein bisschen weh, ne? Aber, ne. Ihr tut es deutlich mehr weh. Scheiße, das Lied ist so tief in meinen scheiß Ohren. Einfach nur zermatcht. Woo! Run, Nunu, run! Renn, Nunu, renn, du bist so geil. Geil, geil. So, macht der hier jetzt mit oder nicht? Das ist die Frage. Scheiße. Doch, er wollte ihn am Ende doch töten. Alter. Also die Trains bei dir. Weil sie jetzt erst nicht bauen. Sie ist voll verwirrt, was soll ich bauen. LOL. Ich meine, wir haben halt AD Damage und Magic Damage. Überleg gerade, ob ich die 1-shotten kann. Nicht Drake? Okay. Alter. Dodge? Dodge war godlike, aber Flash ist immer noch der most overpowered Spell, den es gibt. Was war deine höchste Elo? Meine höchste Elo war mal Diamond 4, glaube ich. Aber das ist sehr, sehr lange her. Da habe ich noch Loil gespielt. Jetzt spiele ich Normal Drafts. Ich da maße euch einfach nur. Ich würde die so gerne bedrohen, aber das geht nicht. Wo, ich bin hier? Also es ist zu... Nee, ich habe keinen Old. Okay. Ich aber. Du hast... Du hast wirklich einen geilen Geld. Ach doch. Nein! Die Bubble Popable. Jawa macht ganz gut Spaß, muss ich sagen. Also natürlich jetzt hier, das ist ein sehr unrealistisches Game, weil es einfach nur der Feed des Todes ist. Passive ist so dumm von Jawa, ne? Die macht so viel Damage. Ja, aber nur ein Autotech, ne? Ja, aber das refresht ja auch relativ schnell. Sechs Sekunden Cooldown halt, das Ding. Das ist ja nicht mal schlecht. Ich kann noch so einen kleinen One-Shot da machen. Boah, was kommt denn da? Oh lol, du hast ihn voll geditscht. What the hell? Los geht's! Jetzt geht's los. Okay. Okay. Der schlitzt. Und lol, das sagt mir nicht, der alles überlebt. What the fuck? Das ist einfach nur. Einfach nur aufs Maul. Ja, da würde ich sagen, war ein gutes Game. Ich bin Agurin, Leute. Lasst mich durch. Oh, ich hab ein fucking S plus. Leute, I did it. Ich auch. Bruder. Brudi! Guck mal, nicht mehr der Master Yi. Der ist halt so schlicht. Der ist so schlicht. Aber der ist... Okay, okay.